Musik Langsam ist das Polchlein erkennbar. Erst im Januar hatte Gemma Lucy, 30, für eine echte Überraschung gesorgt, die britische Skandal-Nudel, die dafür bekannt gewesen ist, es gerne mal krachen zu lassen, offenbarte, dass sie bereits im fünften Monat schwanger sei. Von dem Kindsvater ist das Model aber bereits wieder getrennt. Der Mann soll die Reality-Darsteller in psychisch misshandelt haben. Vom ganzen Stress gönnt sich Gemma jetzt eine Auszeit und zeigte dabei ihren Minib-B-Bauch, obwohl die 30-Jährige mittlerweile fast im siebenten Monat schwanger ist, war von einer Rundung ihrer Körpermitte bisher nicht viel zu sehen. Aktuell genießt Gemma die thailändische Sonne und lässt ihre Follower gerne bei Instagram daran teilhaben. Neben Clips vom Strand gab es für ihre Fans aber auch einen besonderen Schnappschuss, das Glamour-Modell zeigt seinen Baby-Bauch. Da ist er, schrieb Gemma zu einem Foto, auf dem sie in einem Hotelzimmer zu sehen ist. Der knappe Bikini gibt dabei den Blick auf eine winzige Wölbung frei hinter Gemma liegen turbulente Zeiten mit ihrem Ex. Sie offenbarte auf ihrem Social-Media-Kanal die wahren Gründe für das Liebesaus mit ihrem Freund, dessen Identität sie bis heute geheim hält. Ich habe mich mit dem widerlichsten Mann eingelassen, den ich jemals getroffen habe und heute ist es schließlich zu einem Ende gekommen. Leider ist er der Vater meines Kindes, erklärte sie. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR